und er zählt natürlich nicht es wird herzlich willkommen zurück hier im display von gta 5 es geht noch ein bisschen weiter denn wir müssen hier richtig aufräumen nachdem wir diesmal die richtige entscheidung getroffen haben zu uns und unsere kumpanen und jetzt wollen wir doch mal sehen wie wir ein nach dem anderen kalt machen, beziehungsweise umerziehen. Ich meine, nach den ganzen Dingern, die wir gedreht haben, das alles aufzuwischen, das wird ein bisschen dauern. Und alles aufwischen wird man sowieso nicht. Das wird, oder das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wenigstens die größten Arschlöcher, die größten Deppen, die, die uns am meisten tot sehen wollen. Oder am ehesten tot sehen wollen. Oh, das ist ein Ding. Michael und Trevor, auch. Wir sind ein richtiges Arschlöcher, und ich liebe dich, Arschlöcher. Du auch, Arschlöcher. Du bist fertig mit dem Blöden? Ja, fast. Ein paar Lüten. Oh, blöden. Ich weiß das, Beweise. Du schreitst auf ein paar Böden, oder? All right, n****, wir handeln dir deine Wälder. Läge low, mein n****. Oh. Dumbelie. Achso, nee, wir kümmern uns ja erst um den anderen hier, ich wollt grad sagen, sieht er gar nicht nach unserem Putt aus, unserem Gang-Gebiet, ist es ja auch nicht, ist es nicht. So, da hinten am Strandhaus ist er wohl. Unser Trinär-Ziel, dun 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 dun, so, wo, ha, ich sollte hier vielleicht nicht. Muss ich mal verfolgen, oder? Oder soll man, aus, was haben wir, hm, so, warte mal, er ist hier drin, seh ich das richtig, und er haupt hinten rechts, ne? Oh! Schlechte Idee. Komm, jetzt steigt doch ein, Junge, das muss alles ein bisschen schneller gehen, das muss schneller gehen. Ne, der hat uns doch gleich. Oh! Oh, oh, oh. Als ich mir mal so langsam gefahren bin. Oh! Oh nein, ich hab's doch geahnt, dass das noch kommt So, damit haben sie uns jetzt praktisch Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen Weiß nur noch nicht ganz was Scheiße, Scheiße, Scheiße Oh, das ist eine gute Idee, eine Tankstelle zu fahren Da noch Ballerei, immer erst mal an die Tankstelle gehen Sehr gesund Scheiße, die haben gleich Ja Einplatten und das Ding ist durch Bessere Strategie Bitte, jetzt Hey, der alte Mann ist hier Er ist nicht in der Beastclub, ich mach's jetzt Ich sollte den eigentlich die Reifen zerschießen Das wär, ah Hey, hat das funktioniert, ah Hey, ich hab' unsere Klinge Ihr Dues ain't gonna have no more Triass coming after Wir ain't gonna have anyone to sell Superweapons to either, but Hey ho Nun, das hat jetzt erstaunlich gut geklappt Zu gut um wahr zu sein Nun, manchmal hilft einfach nochmal drüber nachdenken Analytisch vorgehen Oh, das ist ja Lamar, der Disrespectful ass motherfuckers Trying to break the order of things Please, pair of bitches Gehen wir hier wieder genauso Ich hab' eine Message von deiner Freunde Lamar und Franklin Hey, wer ist das schäkige weiße Gute? Hey, woher geht ihr da? Hey, woher geht ihr da? Komm, ich will ihn überfahren Und so leicht ist er auch nicht tot Ja, das ist doch kein Problem, denen zu entkommen Dem Nachmittags Kaffee-Klatsch Hier wird die bezeichnet Ah ja Wie haben die denn jetzt so schnell ne Karre gekriegt? Oh Das ist nicht das, was ich wollte Ich muss mal wieder ein bisschen nach vorne gucken So Kaputten Reifen können die doch gar nicht mehr Okay, die KI kann zu viel, wenn der Tag lang ist Ach ne, jetzt sind sie weg Wow, das ist mal ungeahnt, knapp So, die haben wir auch gleich los I'm clear Your pal Stretch He ain't a problem no more, Frank Shit, he wasn't my pal? He was a dude who kanked us on Thanks So who we got me? What happens next is plant Steve Haynes in the dirt Jawohl Last but not least Kommen wir To Travel Films Erledige Hands Ist ja gerade aufgedacht, aber Gucken wir mal I'm moving on, Haynes Last, see if you can patch me into his radio mic I want a last reminder of what an annoying prick he is Los Santos Ah, okay Oh Gott Cut Jesus, crap Who writes this bullshit anyway? Okay, all right You got this frame, right? Yeah, you're looking great Is it chin? How's the chin? Oh, sharp All right, the audio's clean Nice Well, say something Check, check, check Yeah, it's great Okay, fine We're on I'm ready You ready? Speed All right, let's do this, people I'm a professional Let's go Hi, I'm Steve Haynes Hey, you want to do it, right? A city of celluloid A city of celluloid I'm just waiting for him Bis sie vorbeifährt Und dann Ne? Zult Throw in a senior A unique look of what's really going on This is a land of dreams Ich dachte, der Kuh wieder runter Wenn wir hupen Hallo, da machen wir doch voll die Moderation kaputt Kut Oh, Gott, das ist ein Klischee, Mann Oh, das ist ein Klischee Hallo Wir machen da doch voll die Moderation kaputt Wenn wir da immer hupen Jetzt steigen wir mal wieder ein Ah, da kommt der Waffe Wie heißt der noch? Nicht erwähnenswert Nicht erwähnenswert So Oh, oh, da kommt jetzt Gegenverkehr Ja, komm Oh, nicht da runter Waren Hm Eieiei So doch nicht Wenn da unnetz Jetskis wären Würde ich einfach die nehmen Und dann ein bisschen In den Kanälen rumfüßen Das versuche ich jetzt doch gerade mal Ähm Ja, gut Oder wir fahren einfach weg Nur jetzt müssen wir natürlich gucken Dass sie uns plötzlich nicht vor uns stehen Strand fahren Können wir ja Wollen wir nicht Hier stehen jetzt bestimmt irgendwo Ein paar Mädchen vor uns, oder? Ah, okay Ja, da wird sich wohl verkrochen haben, weil er Schiss hat Zurecht Uns hat noch keiner überlebt Oh Boah, Mann, wie weit er weg ist Da bin ich doch gerade versucht, mir eine schnellere Karre zu organisieren So was zum Beispiel Schön brachialer Sound Uah Fast vier Kilometer Wo wohnt er denn? Oder wo hat er sich denn eingeb... Verbandertiert Oder Wo steht sein Wunder? Das ist wahrscheinlich Die richtige Frage an der Stelle Die Karre da vorne Sah auf den ersten Blick nice aus Na, gucken, was da ist Haben wir gleich angeholt Achso, die Ist ja beim Vorbeifahren Irgendwie interessanter aus Für diese Mittelstreifen ist auch angenehm zum Fahren Kommt einem keinen in die Quere Hat man für sich Gute Sache Kommen nur ab und zu mal ein paar Abbieger dazwischen Oh, 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 oh Aber hier oben schon mal weiß ich gar nicht Ja, genau Hätte ich jetzt gerade auch gesagt Wenn es Trevor nicht gesagt hätte Was ist das denn? Alter, was Achso, die... Aha Naja, nirgendwo Irgendwo und nirgendwo Aber Mord ist einfach Aber die Bude, die hat der sogar noch Style Ne Wir sind ja nicht auf Haussuche Ja, wir haben Auftrag GTA Staffel Mieten kaufen Wohnen wäre natürlich auch schön Oh Nett Ordentlich, der Junge hat Geld Klar, da waren wir doch schon mal in der Dienste Entführe der... ähm Hey, darf ich hier nicht mal reinfahren Mann Bin doch fußkrank Ich will doch hier jeden Meter fahren Ähm, halt, wir sollten vielleicht schon mal Vorsichtshalber Oh, das ist, ähm Oh, nicht gut Ich bin gerade fast aus dem Grundstück runtergesprungen Okay, wir müssen außenrum Ich habe nur halb Ihrer Outfit zurück in die Stadt Oh Das bezweifelig Warum schießt ihr auf jemanden da unten? Ist das richtig was wir hier noch machen? Oh, 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 die haben gute Munition. Die schlägt gut durch. Verdammt. Jetzt haben wir noch so eine Wumme. Obwohl die können wir eigentlich schon nehmen, die Mikro MP. Aber ich könnte mich vielleicht auch ein bisschen schlagen. Man! Junge, seid ihr aufmerksam? Scheiße, 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 so geht das doch nicht. Die sind doch... Sind die auf dem Hals? Ich werde dich finden! Ne, die sind ziemlich sicher unten. Ich geh das auch mal runter, den offiziellen Weg. Sonst kommt einer von hinten, irgendeiner angeschlichen. Was ich so nicht absehen könnte. Der ist noch nicht tot? Doch, ne. Ja geil, ich... Aha, aha. Natürlich, er trifft das Glas, ich nicht. Sicher. Oder wir gehen doch übers Dach. Jetzt warten wir ab. Haben wir was mit... Ne, haben wir glaube ich nicht. Die Frage ist, wenn wir die hier nehmen. Ah, ja. Kann ich nicht hier runter rüpfen? Mh, da bin ich tatsächlich dann. Ja. 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 Na gut, das Glas hier ist... Ach, die sind von da unten dann hochgekommen, wa? Zumindest er. Naja, gut. Ach, jetzt haben wir ihn schon für uns. Hä? Ah! Ja, okay. So einfach ging das? Okay. Also, ich meine, da wieder rauszukommen. Tornado. Ich fahre das Tattoo immer noch. So. Und was ich noch feiere, sehen wir dann in... Oh Gott. Geile Überleitung, oh Mann, oh Mann. Wie es hier weitergeht, was uns am Treffpunkt erwartet. Sehen wir allerdings dann in der nächsten Folge von GTA 5. Bis dann. Tschüss. Genau.